In diesem Film lernen Sie, wodurch sich Verbindungslinien von normalen Linien unterscheiden, wozu sie gut sind und wie Sie solche Linien erstellen und anpassen. Verbindungslinien sind am Objekt fest verankert. Sobald Sie das Objekt verschieben, wandern die verankerten Linien mit. So erstellen Sie eine Verbindungslinie. Öffnen Sie im Register Start die Liste der Formen. Wählen Sie die gewünschte Linie und zeigen Sie auf das Startobjekt, also das Objekt, an dem die Linie beginnen soll. Es erscheinen vier rote Kästchen, die Ankerpunkte. Zeigen Sie auf den gewünschten Ankerpunkt und ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste zum Zielobjekt. Lassen Sie die Maustaste erst dann los, wenn Sie den Zielankerpunkt im Visier haben. Damit Sie nicht für jede weitere Linie erneut auf die Form klicken müssen, schalten Sie auf Dauerbetrieb, indem Sie die Linie mit der rechten Maustaste anklicken und den Zeichenmodus sperren. Jetzt erstellen Sie die restlichen Linien. Vergessen Sie am Ende nicht, die Sperre mit einem Druck auf die Escape-Taste wieder aufzuheben. ampfeierungen sch quantitative Untertitelung des ZDF, 2020